Herzlich willkommen zu einem weiteren astrologischen Video. Heute schauen wir uns das Horoskop von Dietrich Matteschütz an, der ja gestern verstorben ist. Und mir ist es wichtig, bei diesem Horoskop, ich habe schon mal ein Horoskop beim Tod der Queen gemacht, einfach mal diese astrologische Sprache, diese Präzision der astrologischen Sprache herauszukehren. Also egal, was ich dir jetzt da sage an Konstellationen und wie ich das interpretiere, bitte schau jetzt nicht bei dir nach im Radix, oh Gott, wo habe ich was stehen, bedeutet das womöglich auch, dass es mit mir was hat. Nein, überhaupt nicht. Die Astrologie ist eine Sprache und jede dieser Konstellationen kann auf unterschiedlichste Arten interpretiert werden. Ich habe sie mir nur rausgesucht. Die Daten basieren übrigens, es hat mal News, die Newsgruppe hat mal ein Horoskop veröffentlicht von Matteschütz und auf diesen Daten basiert jetzt meine Analyse. Also ich habe keine persönlichen Daten, ich nehme jetzt das von News her. Du wirst sehen, ich werde die Häuser, also um was geht es denn eigentlich? Beim Aszendenten und bei der Geburtszeit, wenn man die exakt hat, da geht es ja darum, dass da die Häuser definiert werden auch mit und der Aszendent. Ich nehme das jetzt in diese Deutung so rein, aber du wirst sehen, die Konstellationen auch unabhängig jetzt von der Geburtszeit sind sehr aussagekräftig im Horoskop des Dietrich-Matteschütz. Und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Und wenn du dir das anschaust, dann sehen wir, wir haben eine Stiersonne. Und das ist doch schon mal eine ganz interessante Analogie, dass der Gründer von Red Bull eigentlich eine Stiersonne hat, was aber auch dazu passt, weil ein Stier, auch wenn wir uns das anschauen, also laut diesen Angaben, die ich da habe, ist er auch ein Stier-Aszendent. Und das bedeutet natürlich, da geht es darum, ein eigenes Revier zu gründen, also etwas zu schaffen, etwas auch materiell zu schaffen, weil ja der Stier die Materie ist. Du kennst es von meinen anderen Videos, wir haben ja eben jetzt auch Uranus im Stier, Uranus in der Materie und dem werden wir dann auch nochmal begegnen im Horoskop von Dietrich-Matteschütz. Also wie gesagt, eine Stiersonne, der möchte materiell etwas schaffen oder eine Stiersonne generell, die braucht die Materie. Wir haben da im ersten Haus, also im Haus der Lebensenergie, steht die Venus im Geburtshoroskop von Dietrich-Matteschütz. Und die Venus, die merken wir uns jetzt gleich, weil die wird jetzt noch wichtig werden, in dieser Horoskop-Analyse, bei dieser Interpretation. Nun, Venus steht, wofür steht sie? Natürlich für die Liebe, aber in dem Fall lassen wir jetzt den vage Aspekt der Venus weg, sondern wir reden über die Stier-Venus und die Stier-Venus steht auch für den Körper. Also die steht für das, was von dir manifestiert ist, für deinen Leib oder das, was du manifestierst, also was konkret von dir wird. Und jetzt schauen wir uns das an. Das Erste, was schon mal auffällig ist, wenn du dir die transistierende Venus anschaust, die steht da rechts jetzt in Konjunktion mit der transistierenden Sonne. Also direkt ganz rechts außen siehst du da Sonne-Venus-Konjunktion. Und diese Sonne-Venus-Konjunktion ist wirklich so im Übergang ins Skorpion-Zeichen. Siehst du das? Also das geht genau vom Vage-Zeichen, also Vage-Venus, wo man sich begegnet, wo es auch ein bisschen so um die Romanze geht, um den Flirt geht. Und genau diese Venus transistiert also ins Skorpion-Haus zusammen mit der Sonne. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wofür steht denn bitte Pluto, wofür steht denn dieses Skorpion-Haus, dann müssen wir sagen, das ist natürlich das Haus, was auch für Tod steht, was für Erbe steht, was für etwas Endgültiges steht oder eben auch für die Transformation. Es wird etwas gewandelt. Und wenn die Venus gewandelt wird quasi, im Grundradix ist so dieser Übergang Vage-Skorpion zwischen siebten Haus und achten Haus, ist das so der Übergang vom Flirt, von der Begegnung zur Ehe, wo etwas fix wird. Also interessanterweise ist auch das Achterhaus gerne das Ehehaus und das Todeshaus. Aber bitte, da mach du draus, was du dir denkst. Und da haben wir diesen Übergang, die Venus geht also in den Skorpion rein, mit der Sonne zusammen, also aufgeladen von der Lebensenergie. Und das bedeutet also für das erste Haus, also für die Lebensenergie von Didi Mateschitz, bedeutet das ganz einfach, da geschiedene Transformation. Also das erste ist schon einmal die Venus, geht in den Transiten ins Skorpionhaus und damit passiert schon eine transformative Energie natürlich auch im ersten Haus oder halt im Stierhaus von Didi Mateschitz. Gleichzeitig auch mit der Sonne zusammen. Und das ist natürlich schon einmal ein spannender Aspekt, den wir drinnen haben. Aber bleiben wir gleich noch bei der Venus. Und zwar hat der Transistierende Merkur ein Quinkungs zur Radix-Venus von Didi Mateschitz. Was ist Merkur? Merkur ist die Funktion. Also es ist die Funktion des Körpers. Es ist so die Mechanik des Körpers. Und da spießt sich offensichtlich die Funktion des Körpers mit dem Körper oder mit der Lebensenergie auch in diesem Horoskop. Also auch das ist eine Konstellation, die zumindest mal, also Quinkungs ist ja immer so ein bisschen so ein Frustrationsaspekt auch, wo man merkt, da liegt eine Spannung drinnen. Also wirklich Funktion des Körpers ist auch schwierig, ist eingeschränkt. Das sieht man da jetzt in diesem Radix drinnen. Ein weiterer großer Punkt auf dieser Venus. Wir haben ein Quadrat zu Saturn auf dieser Venus drinnen. Also der Transistierende Saturn macht ein Quadrat auf die Venus hin. Und Saturn ist ja gerade im Wassermann. Und wenn du dir anschaust, wo steht der Saturn im Radix von, im Geburtshoroskop von Didi Mateschitz, dann ist das hier im Zwilling drinnen. Und fast an der Spitze drittes Haus. Da sind wir noch einmal bei der Funktion des Körpers. Und da merkt man eben auch noch einmal, auch die Saturn ist immer die Einschränkung, die Beschränkung, die Regulierung. Und auch hier merkt man, okay, da gibt es eine Einschränkung. Auch in seiner, ja, auch einfach so im Körperlichen wieder in der Venus drinnen. Und der letzte große Schicksalsplanet, der drauf ist, auf der Venus, also auf dem Repräsentantenkörper in der astrologischen Sprache, ist eine Konjunktion mit dem Uranus. Du erinnerst dich, Stier, Uranus, das heißt der Wandel der Materie, kommt in meinen Videos immer wieder vor, wirst du auch immer wieder hören. Das ist ja auch der Wandel eben der Werte, des Geldes. Das, was sich jetzt tut, hat Didi Mateschitz im Körper drinnen. Also etwas wird neu im Körper. Uranus steht ja auch für Zellwachstum zum Beispiel. Also unkontrolliert, das ist so diese Revolution im Körper. Wenn du dir vorstellst, Uranus der Revoluzzer ist frei, diese Energie, ich mache, was ich will. Das wäre zum Beispiel auch so ein Zellwachstum, ein unkontrollierbares. Also das ist eben auch nochmal so Uranus, Venus. Und das hat Didi Mateschitz eben in seinem Radix mit drinnen. Nachdem wir uns die Venus angeschaut haben von den persönlichen Planeten, kommen wir zum Mars. Der Mars ist ja auch so der Pioniergeist, die Lebensenergie. Und du siehst in diesem Horoskop auch, dass der Mars von Dietrich Mateschitz, also diese Durchsetzungskraft, auch einige Spannungsaspekte drauf hat. Also einmal ein Quadrat zu dieser Sonne-Venus-Konjunktion, das macht ein Quadrat zum Mars von Didi Mateschitz. Und das ist natürlich auch so ein Stressaspekt. Also das ist also ein gewisser Spannungsaspekt, so ein Spannungsaspekt zwischen Energie, Lebensenergie, Lebenskraft und könnte auch für eine Entzündung zum Beispiel stehen. Was das auch nochmal befeuert, ist ein Trigon hin zu Jupiter. Also Mars bekommt quasi, der Mars von Dietrich Mateschitz bekommt Jupiter-Energie ab. Und dann wird das auch noch einmal im Positiven vergrößert. Also ein Trigon Jupiter-Mars würde ich auch sagen, na gut, das sind vielleicht neue Ziele, neue Projekte. Und ein neuer Aufbruch eventuell auch. Und das könnte man natürlich auch, man könnte den Tod natürlich auch so interpretieren, als einen neuen Aufbruch, wo ein neues Land entdeckt wird. Und gehen wir zum Transistierenden-Maß. Also es gibt immer so diesen Unterschied bitte zwischen Transistierender-Maß, das ist also der Maß, wie er jetzt aktuell steht, und wo stand der Maß im Geburtshoroskop. Das ist immer der Unterschied. Also zwischen Radix-Maß quasi, Geburtshoroskop-Maß, und eben dem Transistierenden-Maß, der dann die gewisse Zeitqualität andeutet, und wie diese Zeitqualität auf Didymateschitz wirkt. Und da haben wir den Transistierenden-Maß. Und du siehst eben, dass dieser Transistierende-Maß auch auf den Saturn kommt. Und Saturn-Maß, Mars möchte nach vorne, und Saturn will ja einschränken grundsätzlich, oder schränkt ja ein. Und da haben wir quasi Energie auf den Einschränkungen, die im zweiten Haus von Didymateschitz, im Zwilling, also in der Funktion des Körpers, wo wieder auch Stress reinkommt, wo wieder eine Energie feststeckt. Ein weiterer spannender Aspekt ist das Halbquadrat von Neptun zu Merkur. Und Merkur steht im Horoskop von Didymateschitz eben auch im ersten Haus. Und ist damit auch noch einmal Funktion der Lebensenergie. Im Stier hat es auch noch einmal was mit der körperlichen, Ebene zu tun. Und Neptun ist die Auflösung. Also Auflösung in der Funktionen quasi, der Lebensenergie, Auflösung des Körpers auch noch einmal. Also auch da hat man wieder so diesen Punkt drinnen, diese Auflösung, diese Transformation. Du weißt ja, Pluto ist ja der große Transformator Pluto, ist ja der große Stirb-und-Werde-Planet auch, den wir haben im Horoskop. Und dieser Pluto, dieser transistierende Pluto, hat eine Opposition zu Mars. Und Pluto Mars ist ja, Mars ist ja auch so noch einmal Repräsentant der Lebensenergie. Und da haben wir eine wahnsinnige Spannung drin. Also der Transformator Pluto geht auf diesen Mars, auf diese Kraft dann auch hin. Und das Nächste, was wir haben mit dem Pluto, ist ein Quinkungs zum Saturn. Also bei Pluto Saturn, bei dem Quinkungs, da ist einfach keine Hoffnung drinnen. Da steht man fest, das ist einfach festgemauert. Da kommt man nicht mehr aus seiner Haut raus. Und auch das ist eben ein ganz, ganz wesentlicher Punkt in diesem Horoskop, wo man sagen muss, das deutet auf ein Ende, auf einen Wandel hin. Das sind jetzt mal so auf die Schnelle, die wichtigsten Aspekte, die wir so in diesem Horoskop haben. Und du siehst, von der astrologischen Sprache her ist das sehr exakt, sehr präzise. Also da gibt es Hinweise drauf. Noch einmal, man kann es jetzt nicht deuten und sagen, ja, da stirbt jetzt jemand und das ist der Todeszeitpunkt. Also das halte ich für äußerst bedenklich. Also eine solche Nutzung der Astrologie. Ich wollte es dir nur nochmal zeigen, wie präzise diese Sprache der Astrologie ist und wie viel man da sich rausholen kann, wenn man sich mit dieser Sprache beschäftigt, wenn man sich mit der Astrologie beschäftigt. Denn letzten Endes ist es eine Beschäftigung mit dir selber. Wenn du dich jetzt fragst, warum macht denn der Ernie andauernd Todesvideos? Vielleicht ist das so meiner Skorpionsonne geschuldet. Aber darüber hinaus finde ich, dass es wichtig ist, dass man sich auch eben mit der Endlichkeit, mit der eigenen Endlichkeit immer wieder auseinandersetzt, weil dadurch die Lebensqualität einfach mehr wird. Man bekommt eine andere Tiefe ins Leben rein. Und das ist ja letzten Endes wichtig in der ganzen Energetik, in der ganzen Energiearbeit, auch in der Astrologie. Es geht darum, ein erfülltes Leben zu führen. Und es wird leichter, es rückt alles in Perspektive, wenn du natürlich auch dich mit deinem Ende irgendwann mal auseinandersetzt. Das kriegt einfach eine Klarheit, eine Perspektive und darum sind mir diese Videos wichtig und darum beschäftige ich mich auch damit. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, vielleicht einen wunderbaren Sonntag heute, wenn du das Video heute schaust oder wie auch immer, hab eine gute Zeit. Lass es dir gut gehen und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Ich freue mich natürlich auf einen Daumen hoch, teil das Video, abonniere meinen Kanal und bis nächstes Mal. Aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erini. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.